7. November 2005 Mutter Gottes Meine lieben Söhnenden Kinder, Ich habe euch eingeladen, gemeinsam mit mir am Heiligen Dienst zur Rettung der Seelen teilzunehmen. Ein großer Teil der Menschheit befindet sich auf ihr Wegen. Ich möchte euch helfen. Ich bitte euch, meine Kinder, verhelft eure Mitmenschen, näher zu Gott zu kommen und bemüht euch, sie auf dem Weg zu Gott zu führen. Seid ihm gehilfen im Werk der Seelenrettung. Dies ist eine ernsthafte und verantwortungsvolle Aufgabe, die ihr nicht vernachlässigen dürft. Ich möchte, dass ihr es lernt, den Seelen zu helfen. Das Schicksal, das ewige Heil, das Glück anderer dürfen euch nicht gleichgültig sein. Tut etwas für andere. Eure wirksamsten Mittel bei der Seelenrettung sind Gebet und Sühne, Opfer und Wehe. Weit euch durch mich und durch mein unbeflecktes Herz in der Kraft des Heiligen Geistes, dem ewigen himmlischen Vater, dem dreieinigen Gott, indem ihr euch mit dem Sühneopfer Jesu Christi verbindet. Erzenge Michael, weit alles, was ihr seid und was ihr habt, durch die heilige Jungfrau Maria, dem himmlischen Vater, um euch durch sie Gott ganz hinzugeben und zu Kindern der Mutter Gottes zu werden. Die heilige Jungfrau Maria kümmert sich mit mütterlicher Liebe um ihre Kinder und um die ihr Anvertrauten. Seht euch danach, eurer himmlischen Mutter anzugehören. Wenn ihr euch durch sie Gott geweiht habt, so erneuert Tag für Tag diese Wehe. Es ist notwendig, dass ihr euch dies stets bewusst macht. 8. November 2005 Erzenge Michael Gott hat den Menschen zur Liebe erschaffen. Deshalb ist es die oberste Aufgabe des Menschen, die Liebe zu leben und sie bereitwillig zu üben. Die Mutter Gottes bietet euch hierzu in der Liebesflamme die überflutenden Gnaden ihres unbefleckten Herzens als Hilfe an. Durch die Liebesflamme erhellt die heilige Jungfrau euren Verstand und entzündet in euch das Flammen des Herzens, damit ihr euch für die heilige Sache Gottes bereitwillig einsetzen könnt und das göttliche Licht im geistigen Dunkel dieser Zeit durch euch hindurch strahlt. Werdet so zu Aposteln der Liebesflamme in eurer Umgebung, damit die Menschen angesichts eurer guten Werke, eures bescheidenen, demütigen Wesens und eurer flammenden Liebe Gott preisen. Gelobtse Jézus Christus in Ewigkeit. Amen.